Willkommen. Das mag Ihnen jetzt bekannt vorkommen. Wir greifen gerne zu dieser Maßnahme, um neue, talentierte Mitstreiter zu gewinnen. Sie wollen lernen, was die Welt antreibt? Selber mal das Kommando haben? Wir wissen viel über die, die im Verborgenen am Ruder stehen. Es gibt da draußen Menschen, die wollen das Schiff in den falschen Hafen lenken. Die 48ers und ihre Vasallen. Aber diese Prise werden Sie nicht kampflos einfahren. Wenn Sie nichts gegen ein Abenteuer einzuwenden haben, es gibt Arbeit. Für uns, die Pirate Society. Und für Sie, wenn Sie anheuern. Die Spur führt in die Arktis. Ein toter Polarforscher gibt uns Rätsel auf. Er hat da oben Dinge unter sehr dünnem Eis entdeckt. Nils von Habermann. Guter Mann war das. Er hat gehofft, er kann was verändern. Die Welt retten. Wollen wir das nicht alle? Die Arctic Sea. Haben Sie bestimmt von gehört. Seltsame Geschichte, oder? Wir haben da versucht, die Geschichte etwas abzukürzen. Haben unsere beste Frau verloren. Viel riskiert. Und viel verloren. Aber wir machen weiter. Die 48ers stecken da mit drin. Haben höchstpersönlich ihre dreckigen Finger mit im Spiel. Nicht nur ihre Schattenkabinette. Konrad selbst. Soll sich um die Sache kümmern. Guys, let's head back to the base. Wir brauchen Sie. Der Navigator wird Ihnen sagen, wie Sie an Bord kommen. ... ... Untertitelung des ZDF für funk, 2017